Meine Frau war über eine Freundin bei der White House Christmas Party eingeladen, als wir in Washington waren. Und dann ist das so, dann stehen die da, die Obamas, die stehen dann unter dem Porträt von George Washington im Green Room vom Weißen Haus und dann ist da eine Schlange wirklich dreimal um den Saal und jeder kriegt dann so ein Bändchen. Jetzt kommen die alle mit dem orangenen Bändchen fürs Foto und dann wird man vorgelassen, dann wird dann kurz reingeflüstert, wer das jetzt ist. Dann drehen die sich in die Kamera, kurzer Handshake und dann der nächste. Und dann geht das so am Fließband und dann kommt die blaue Gruppe und dann machen die das zwei, drei Stunden lang. Und ich glaube, Jif war einer der letzten und auf den Fotos, hängt bei uns im Arbeitszimmer, sieht das so aus, als hätten sich die Obamas seit drei Monaten drauf gefreut, endlich mit meiner Frau dieses Foto zu machen. Also es ist wirklich, das meine ich mit professionell. Hat er auch. Ja, ich hätte mich an seiner Stelle auch gefreut, aber sowohl Michelle als auch Barack haben da echt so einen Honigkuchengrinsen.